Guten Morgen, liebe Welt! Jetzt ist Donnerstagmorgen und ich habe jetzt wirklich drei Tage mehr oder minder durchgeschlafen, was ziemlich gut war. Ich bin noch nicht ganz stabil auf der gelben Ampel angekommen, aber ich hatte jetzt zumindest einige Tage Zeit, mich gut auszuruhen, was sinnvoll war. Meine Augenentzündung ist noch nicht ganz weg, aber mir geht es schon wesentlich besser. Und das ist schön. So, heute geht es ja um das Thema Glaubenssätze. Wie fange ich da an? Ich fange mal so an. Ich habe mich in mein Bett gesetzt, weil nämlich neben meinem Bett hängt meine Liste mit Glaubenssätzen. Und die füllt sich auch manchmal noch. Da fällt mir noch was ein, wo ich denke, okay, das muss dann mit drauf. Wie ihr seht, habe ich hier so manche Glaubenssätze ein bisschen umkreist, weil es keinen Sinn macht, 24 Glaubenssätze pro Tag vor sich hin zu sagen, sondern sich die rauszusuchen, die akut vor allem wichtig sind. Und es macht Sinn, diese Glaubenssätze dann mehrere Wochen oder Monate vor sich hin zu sagen, bis man das Gefühl hat, okay, jetzt ist es in meinem Kopf gelandet. Also, was hat es mit den Glaubenssätzen auf sich? Das Ganze kommt aus dem neurolinguistischen Programmieren. Also, das bedeutet, es gibt Neuronverbindungen in eurem Kopf, die sich über Jahre hinweg manifestiert haben. Also, wie kann man das sagen? Es sind, ja, Trampelfade, die sich festgesetzt haben. Und es gibt gut, also wir sagen mal gute, nicht gute, sondern es gibt eben negative und positive Glaubenssätze. Und man kann zum Beispiel negative Glaubenssätze haben, die sich schon in der Kindheit festgesetzt haben. Ja, zum Beispiel, ich mache mal wirklich ein typisches Beispiel von mir in der Grundschule. Ich hatte eine Lehrerin, die hat mir immer gesagt, ich bin nicht schlau genug fürs Gymnasium. Oder hat, wenn ich mir irgendwie so ein Mathe-Arbeitsblatt genommen hat, hat sie mir gesagt, ach, das ist nur was für die ganz Intelligenten. Und natürlich als Kind, da bist du auch der Meinung, okay, die Erwachsenen haben recht. Und du glaubst natürlich daran, was die anderen sagen. Und dadurch, dass ich das so oft gehört habe als Kind, hat sich das bei mir manifestiert. Und bei mir behaftet eigentlich bis heute noch der Glaubenssatz, ich bin zu blöd für Mathematik. Ich bin einfach zu doof dafür, ich verstehe das nicht. Das hat sich leider auch im Gymnasium dann ausgezahlt. Ich war wirklich nicht gut in Mathematik. Das wird ja auch irgendwann zu deiner Wahrheit. Und genauso ist das aber mit positiven Glaubenssätzen, ja? Du kannst diese Glaubenssätze umformen in was Positives. Ich habe jetzt eine Freundin, die sagt dann immer, ja, aber das kommt mir dann so vor, als würde ich mir das nur einreden. Und dann sage ich immer, ja, das tust du auch, weil meine Lehrerin hat nichts anderes gemacht, als mir über Jahre hinweg einzureden, dass ich zu blöd für etwas bin. Und das hat sich bei mir festgesetzt. Also wie kann ich denn dann erst recht in der Lage sein, mir etwas einzureden, was zu meiner Wahrheit wird, ja? Und was natürlich, was halt passiert bei diesem neurolinguistischen Programmieren, ist eben, dass du festgesetzte Trampelfade umprogrammierst in neue Neuronenverbindungen. Und dann musst du natürlich diesen Pfad immer festklopfen. Und deswegen sollte man sich diese Sätze wirklich wochenlang oder, also ich bin eher für Monate, aber je nachdem wie intensiv oder wie fest dieser negative Glaubenssatz gesessen hat, sich das eben einige Zeit vor sich hin sagen. Und man könnte jetzt zum Beispiel das so machen, wenn du so einen Glaubenssatz hast, wie ich bin zu blöd für etwas, dass man dann sagt, ich bin ganz intelligent oder ich weiß ganz viel. Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, ich habe einen Glaubenssatz, der heißt, ich bin gesund und mir geht es von Tag zu Tag besser. Und ich glaube, dass das, also für mich zumindest ist das ganz, ganz wichtig, so einen Glaubenssatz zu haben, dass ich mir vertrauen kann, dass ich gesund werde, ja? Weil, was natürlich ganz schnell passiert, gerade wenn man so solche Tage jetzt hat wie ich, wo man einfach wirklich nur kaputt ist, dass man dann wieder in so eine Art Opferrolle fällt. Und in so einer Krankheitsrolle, in der man dann fest sitzt. Und wenn man dann so einen Glaubenssatz hat, den man sich jeden Tag sagt und sagt, einfach, ich bin gesund und mir geht das von Tag zu Tag besser, dann manifestiert sich das in deinem Kopf und irgendwann wird das auch zu deiner Wahrheit. Weil du daran ernsthaft glaubst und weil du dadurch Energien entwickelst, die du ohne weiteres sonst gar nicht erkennen würdest. Also, das Erste, was ihr macht, wenn ihr, also nicht nur, wenn ihr negative Glaubenssätze habt, sondern generell, wenn ihr etwas habt, wo ihr denkt, das ist bei mir ein bisschen komisch. Also zum Beispiel bei mir gibt es auch das Thema Selbstvertrauen oder das Thema, ich gehe achtsam mit mir um. Dass ihr dann einfach solche Sätze erstmal umformt. Also alles, was bei euch negativ behaftet ist, sowas wie, ich werde nie wieder gesund oder ich bin einfach zu blöd für etwas oder was habe ich noch Schönes, ich bin nicht glücklich. Dass ihr das alles mal umformt. Und was ich dann gemacht habe als zweiten Schritt, ist zu priorisieren, welche Glaubenssätze, weil das eben bei mir so viele sind, welche Glaubenssätze sind akut für mich wichtig. Das einfach mal auf eine Liste schreiben oder umkreisen, wie ich das gemacht habe und das bei euch irgendwo zentral hinzuhängen, wo ihr jeden Tag vorbeikommt. Ja, ich komme auf jeden Fall jeden Tag in meinem Bett vorbei und ich mache es so, dass ich das auf jeden Fall abends sage, vor allem zu Bett gehen. Und manchmal auch, wenn ich Lust habe, morgens, wenn ich aufwache, dann gucke ich da direkt ran, dann sehe ich das schon allein, dass du das siehst. Da gibt es ja schon wieder ein Augenmerk, dein Gehirn merkt, aha, ich bin glücklich, cool. Schon allein, dass du das siehst. Am besten ist es aber, sich das laut vorzusagen und was ich euch noch empfehlen kann, ist das Ganze zu verbinden mit Embodiment. Es gibt aus dem PEP, aus dem Prozess und Embodiment fokussierten Psychologie, gibt es eine Klopftechnik, die bestimmte Körperregionen ähnlich wie bei Akupunktur anträgert. Und da gibt es den Selbstakzeptanzpunkt, das ist auf der linken Brustseite, das ist uralt, das ist nicht neue Medizin oder sowas, das ist ein uralter Punkt, den schon die Menschen früher oder besonders im Katholizismus wurde der verwendet, wenn die Menschen Buße getan haben. Und das ist der sogenannte Selbstakzeptanzpunkt, das ist hier so oberhalb der Brust. Und was ich dann mache, ist, dass ich mir den reibe oder einen anderen Punkt aus dem PEP oder aus der Klopftechnik benutze, das ist zum Beispiel auch hier einer. Und während ich mir diese Sätze sage, klopfe ich oder reibe diesen Punkt, dadurch gibt es eine noch stärkere Verbindung in eurem Körper. Das heißt, es ist nicht nur neuronal, sondern es ist tatsächlich auch körperlich. Und desto stärker das ist, desto eher prägt sich das bei euch ein. Und das Coole ist, das nächste Mal, wenn ihr das mal eine Weile gemacht habt und ihr klopft einfach diesen Punkt, dann werden dadurch schon bestimmte Hormone ausgeschüttet oder bestimmte Gedanken ausgelöst. Zum Beispiel sofort, oh, ich klopfe diesen Punkt, aha, was habe ich die letzten zehn Male da gemacht? Aha, ich habe gedacht, ich bin glücklich und so weiter, versteht ihr? Also, da passiert was in eurem Körper und das finde ich unglaublich spannend und hilfreich. Genau, also das wäre so das Dritte. Also erstens, Glaubenssätze umformulieren. Zweitens, sortieren nach Priorität. Ihr könnt es dann, wenn ihr das ein paar Wochen oder Monate gemacht habt, könnt ihr nochmal schauen, okay, ist das jetzt noch wichtig für mich? Hat sich das vielleicht schon so manifestiert, dass ich da sicher bin? Wird das zu meiner Wahrheit, glaube ich da ernsthaft dran, oder was heißt, glaube ich da ernsthaft dran, ist das eingesunken in meinen Kopf oder brauche ich noch ein bisschen? Und das Dritte ist eben, das tatsächlich laut vor sich hin zu sagen und wenn ihr wollt, halt gerne mit dieser Klopf oder mit diesem Selbstakzeptanzpunkt das Ganze noch zu verstärken. Und ich bin der Meinung, wenn gerade bei so einer Krankheit, das gilt für alle Menschen, nicht nur für Menschen, die krank sind, sondern generell für Menschen, die irgendwie mit irgendwas unsicher sind. Und jeder ist mit irgendwas unsicher. Dann macht es einfach Sinn, so eine Technik anzuwenden, bei der man sich selber stärken kann, wo man seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Weil was dann dadurch natürlich passiert, ist, dass negative Sachen in den Hintergrund treten und positive Sachen an den Vordergrund kommen. Also, dass man zum Beispiel nicht den ganzen Tag im Bett liegt und sagt, oh, mir geht's scheiße, ich bin unglücklich, wenn das mein Leben ist. Ich hatte das auch, ich hatte diese depressiven Phasen, wo ich dachte, boah, wenn das mein Leben ist, dann will ich so nicht leben, das ist echt uncool. Aber ihr seid in der Lage, euch selber zu helfen, indem ihr sowas anwendet. Und ihr seid damit in der Lage, euch selbst zu stärken und euch selber in eurem Kopf die Entscheidung zu geben, für euch was Gutes zu tun und euch selber zu heilen. Und diese Glaubenssätze, die tragen einen guten Teil dazu bei, dass man sich selber gut mit sich fühlt. Und insbesondere, wenn man gerade krank ist oder so, dass man eben nicht festhängt in negativen Glaubenssätzen. Und das finde ich einfach, ja, erstaunlich, dass das so gut funktioniert und sehr hilfreich. Und ich lege das euch einfach unheimlich ans Herz. Ich würde gerne dieses ganze Thema mit negativen Emotionen noch ein bisschen vertiefen. Und nächste Woche lade ich dazu meine Mama ein. Die ist nämlich Psychotherapeutin und die kennt sich mit der Klopftechnik unglaublich gut aus. Und dazu möchte ich nächste Woche ein Video machen mit dem Titel, warum vergesse ich das jedes Mal, wenn ich es sagen möchte, mit dem Titel Festgesetzte Emotionen. Also wie kann man mit negativen Emotionen besser umgehen, also gerade in einer Frustphase oder sowas. Oder auch mit Schmerzen, ja, da kann man auch ganz gut sich selber helfen. Genau, also jetzt habe ich schon jetzt 10 Minuten gequatscht. Ich lasse es jetzt dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Glaubenssätze umformen, für euch entdecken, das auszuprobieren. Am Anfang tretet euch ein bisschen selber in den Arsch, das zu machen, weil es ist natürlich ungewohnt. Man muss sich daran erinnern, das zu machen und denkt immer so, was soll das bringen und so. Aber das hat Erfolge. Glaubt mir, das hat wirklich Erfolge. Und ich freue mich einfach mega, 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 wenn ich mit diesen Tipps euch irgendwie so ein bisschen aufhelfen kann, ein bisschen auch im Kopf ein bisschen klarer zu werden und einfach eine positive Einstellung zu finden. Okay, jetzt höre ich auf zu quatschen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. So, mal wieder muss ich ein Attachment machen, denn ich hatte mir eigentlich vorgenommen, an dieser Stelle noch eine ganz wichtige Person für mich zu erwähnen. Und zwar empfehle ich euch mal den Podcast oder die YouTube-Videos von Mareike Awe zu hören. Sie hat einen Podcast, der nennt sich Wohlfühlgewicht-Podcast. Wohlfühl-Podcast? Schaut mal nach Mareike Awe. Mareike Awe ist Ärztin, eine wahnsinnig charismatische Frau und die hat zum Thema neurolinguistisches Programmieren auch eine ganze Episode aufgenommen. Beziehungsweise kann ich die euch generell empfehlen, weil die ganz viel zum Thema Persönlichkeitsarbeit macht. Ihr eigentliches Anliegen ist das Thema intuitives Essen, was mir persönlich auch weitergeholfen hat. Sie macht aber eben ganz, ganz, ganz viel auch zu dem Thema, wie kann ich mich mit mich selber gut fühlen, wie kann ich aus so negativen Spiralen rauskommen. Und ich möchte es euch unbedingt ans Herz legen, weil die das mir so schön erklärt hat mit dem neurolinguistischen Programmieren. Die kann das noch viel besser als ich. Sie ist Ärztin, ich bin das nicht. Ich kann das nur als kompletter Laie euch erzählen. Und deswegen hört mal gerne in den Podcast rein. Die Frau ist wirklich super, super, super toll. Also, bis bald.